Ich denke, er ist Van. Ja, ich glaube fast, das ist andersrum. Ich glaube fast. Die Kalamität kam ursprünglich von den Ura. Van hat es erfunden, aber er wollte das nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade... So, ganz unten aber gab es ja auch noch so eine Barrikade. Hier. Ah, so ging das. Wunderbar. Oh, das ist schon mies. Ich muss alles zerstören und kriege dafür Belohnungen. So, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, ich gehe davon aus, dass diese Kalamität... Also, keine Ahnung. Ich meine, es ist natürlich wild am Fantasieren und alles Mögliche. Ich weiß ja nicht, was sich die Leute ausgedacht haben. Ich meine, das ist ja auch alles immer Leading. Also, vor allem Mist. Ähm, aber diese Kalamität, die könnte ja prinzipiell... Und diese Kalamität, die könnte ja theoretisch ursprünglich von den Ura kommen. Und dieser Van könnte der Alte sein. Und... Er will sich quasi dran rächen, weil er das quasi erfunden hat als Zurückversicherung. So wie quasi die Atombombe. Damit niemand mehr die Ura jemals angreifen kann. Aber die Ura haben beschlossen, es gegen die Leute von Selondia, oder wie das Kav nochmal heißt, einzusetzen. So. Und... Er selber rächt sich jetzt. An seinen Leuten. Und der Kid ist quasi halt irgendwie auf einer Forschung... Es ist alles sehr wichtig. ... ... ... Okay. So. So. Auf Wiedersehen. Nein, da hoch. Noch ein Stück. Na, so. Auf Wiedersehen. So, jetzt müsste da oben die Tür offen sein. Okay. So. 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 Nein, so, nein, so. Okay, also, muss ich dich zerstören, dazu brauche ich... den da. So, dann will ich noch kurz nach oben und mal schauen, ob es da noch was gibt. Oh, ja, da gibt es auf jeden Fall was, dann müsste es hier unten ja nichts geben. So. Ui, ja, die geben hier gerade ab, ey. Okay, hier ist die Kombination nicht ganz so prall. Boah. So, ich würde gerne dahin gehen, genau. Und einfach zur Sicherheit. Wunderbar, und heilt dran kann man jetzt auch schon getrunken. Perfekt. Und auf Wiedersehen. Hier oben gibt's... Zulf, der Hörer, they have every reason to be angry, beyond angry. As the hour grows desperate, the Hörer bring out the big guns. So. 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 Schauen wir mal, was es da unten noch gibt. Also, da gab's ja auch noch was. Mmmh. Ui! Ui, ui, ui. Ui, ui. Uitrima! Uitrima 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 so will ich dich mal hier den da haben genau nach oben wollte ich den so so wollte ich den nämlich haben wiedersehen und dann wollte ich dich noch haben vielleicht so genau ja und ihr ja 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 wir düsen jetzt erstmal hier weiter jungs so heilen so 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 All those dreams, snuffed out in the Calamity, we'll bring them back. So, what is it with you, no, 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 so, 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 so. So, so, so. Naja, fast. Ah, komm schon. Okay, nicht ganz. Oops, alle. Wunderbar. Way out there on the edge of the world. That's where he finally finds you. But it ain't like prosper love this time. Ain't nothing for this girl to sing about now. Zia, you weren't kidnapped. Oh ma'am. You just had to see what happened to the era, to your own people. You had to see if everything's off road to you was true. And you didn't... Oh, okay, du bist schon zurückgekommen. I'm sure you didn't drop that twangy thing on purpose. Just to see if he goes after you. They lost everything, didn't they? But they just keep on fighting like that's gonna bring it all back. I don't need to see what happened to the era. I'm trying to undo it, remember? Okay, so. Das hier wird das jetzt die letzte Mission? Wahrscheinlich nicht. Wie es immer ist. So, in diesem Sinne aber denke ich... Sulf geortet. Tazalschächte. So, das wird dann wahrscheinlich wirklich die letzte Mission sein. Gut, aber das machen wir in der nächsten Aufnahmesitzung. An dieser Stelle bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Und auf Wiedersehen.